Okay, hat jemand von euch schon den neuen Song von ABK gehört? Ich, äh... ABK, das ist ein sehr irrelevanter YouTuber. Wir werden uns das Lied jetzt angucken, anhören und werden sehr objektiv darüber urteilen, okay? Genau. Na? Sag mal, was war denn das? Genau. Boah, hier kommen schon richtig asiatische Vibes hoch, ich muss sagen, da hab ich richtig Bock auf dem Baby-Delfi. Eine Million Löwenkits zerstören jeden Bösewicht, ooooh! Ich kenn meinen eigenen Wert, was ist all dieses Geld gegen reines Sets? Irgendwann wird jede Blüte zu Staub, aber Mama, ich trag dir die Tüten nach Haus. Nie wieder Ganja-Probe, vor Gericht singt die Karaoke, yeah, Klassik, die Garderobe. Denn sie machen mir Auge wie Pfarrer ohne, ey, gib Gas. Doch ich ändere die Richtung, sieht es mal eng aus wie Kim Jungs. Zack auf Kutschitaschen, ich will Sushi-Pla... Ich gehe mal davon aus, dass bei dem Song nicht mal die Kamera Bock hatte zuzugucken, oder? No front. Äh, ganz kurz, ist das, ist der Song hier ernst gemeint von ABK? Fortnite Creator Co... Eigentlich... 13. ARD Handlucke ARD Handlucke Meine Wenigkeit Supportet mich mit Para Das war's. Okay, also, da ich jetzt mal einfach davon ausgehe, dass ABK ein ernst gemeintes Musikwerk ist. Die Hook hat mich persönlich ein wenig abgeholt. Also, ich finde sie nicht schlecht. Die ist auf jeden Fall hörbar. Ich verstehe allerdings nicht, warum er in den Part so extrem viel Autotune reingelegt hat, auf das, was er gerappt hat. Das hätte sich meiner Meinung nach ohne Autotune wesentlich lustiger angehört. Oder was meint ihr? Ist es auch eure Meinung? Es interessiert mich morgen. Einfach mit Travis Scott ein Foto gemacht. Dann darf ich zum Musikvideo gerne sagen, ich finde, ABK legt einen nussigen Style an den Tag, muss ich sagen. Hier mit Kirby-T-Shirt auf jeden Fall unterwegs, in einer sehr, sehr nussigen Stadt namens Tokio. Gefällt mir auf jeden Fall gut. Ist natürlich jetzt kein hochprofessionell produziertes Video, aber ich muss sagen, für das, dass ABK kein Geld hat, ist es auf jeden Fall sehr gut. Ja, also ich muss sagen, ich habe jetzt nicht großartig geguckt, warum er jetzt den Track gemacht hat, ob er einfach so Bock drauf hatte. Ich bin natürlich ehrlich, ich erstmal kriege natürlich ABK ein Like. ABK ist sowieso generell ein Ehrenmann, muss ich sagen, mit den Videos, die er macht, finde ich sehr, sehr gut. Es ist jetzt musikalisch kein Track, wo ich sage, oh ja, den muss ich mir in meine Plays hinzufügen, den pumpe ich nachher auf Dauerschleife. Ich weiß aber sowieso nicht, ich bin generell gerade, was deutschen Hip-Hop angeht, vor allem diesen ganzen Autotune-Stuff, bin ich gerade sowieso ein bisschen abgeneigt gegenüber. Ich habe da irgendwie mich einfach überhört. Deswegen bin ich aktuell eine etwas ruhigere Musikrichtung am Hören. Ich weiß gar nicht, ob ihr ihn kennt, aber ja, wir hören kurz rein. Das war ein sehr unbekannter Song. Die wenigsten werden ihn kennen. Ja. Are you tired of these boring beats? Yes. You want some freaking pumping shit? No. Well, we have breaking news for you. Okay. Ex-Bulls and Narfers are back. Give me the ratten-tatten-tatten-tatten-tatten-tatten-tatten. Yeah. Geil. Sayonara, Arigato. Ich schreis um die Welt, ja, auf weiten Wege. Sayonara, Arigato. Er macht diesen. Sayonara, Arigato. Rauche auf dem Weg jede Menge Blanco. Sayonara, Arigato. Sayonara, Arigato. Oh, nee, bitte. Halt doch einfach dein Maul. Wir wollen doch die Reaktion gar nicht sehen. Einfach nur den Song abspielen lassen. Einfach mal die Fresse halten. Ich muss leben. Sayonara, Arigato. Pack meine Sorgen, um dass sie stehen. Träume sind wahr, so wie Anime. Sayonara, Arigato. Ja, ich weiß nicht. Sagt mal, jetzt mal kurz Real Talk an der Stelle für ABK. Ich finde es nicht schlecht. Es ist jetzt kein Track, wo ich sage, krank, krank geil. Ziehe ich mir auf jeden Fall auf private Basis im Auto rein. Aber ist cool gemacht. Was ist eure ehrliche Meinung? Mal ganz kurz Chat, bitte. Würde mich interessieren. 5 von 10, 3 von 10, 9 von 10, 7,5 von 10, 5 von 10, 4, 5, 7, 6, 69. Ganz witziger. 7, 3, 5, ja, also ich würde es auch so ins Mittelfeld einordnen, zwischen einer 5 und einer 6, ohne jetzt irgendjemanden zu verurteilen. Aber ich glaube, also ich weiß nicht, ABK hat ja schon mal Musik gemacht. Ich habe ABK auch echt erst auf dem Schirm seitdem, seit wirklich seit ein paar Wochen. Habe ich den, glaube ich, auf dem Schirm. Mit dem Jungen, der ist bei mir auf dem Radar aufgekläzt seit ein paar Wochen. Aber ich meine, alle Male besser als das, was ich gemacht habe. Ich meine, wenn wir jetzt mal kurz bei mir reingucken, Inscope21, ähm, Inscope, alles klar, Dicker, Weiber finden meinen Apparat, Dicker. Ich bin YouTuber und kein Mathematiker. Also meiner Meinung nach wirklich vom allerfeinsten. Sayonara, Arigata. Reiß um die Welt, ja, auf weiten Wegen. Sayonara, Arigata. Aber Sayonara heißt auch so viel, wie wir sehen uns, oder? Von wem verabschiedet er sich denn? Was ist denn los mit, mit, mitm, mitm ABK? Ist da alles in Ordnung? Lass mich leben, Sayonara. Lass ihn doch einfach leben. Arigata, pack meine Sorgen und lass dich stehen. Träume sind wahr, so wie Anime. Sayonara, Arigata. Guckt euch mal an, wie krank die Stadt einfach ist, Dicker. Ey, das ist so heftig, wie riesig das einfach dort ist. Einfach mitten in Tokio. Und ihr müsst euch überlegen, wenn ihr in Tokio seid, ne? Das ist ja nur Tokio. Jetzt überlegt euch mal, jetzt überlegt euch mal, wie groß dann komplett Kanada ist, wenn das nur Tokio ist. Das ist schon heftig. Das ist schon heftig. Oh, da war ich mal, glaube ich, ne? Warte mal. Hier, da war ich. Hä? Oh Gott. Haben gerade wirklich welche gefragt, Fragezeichen zu Kanada. Es tut mir leid. Wer da ein Fragezeichen geschrieben hat, der ist wirklich anders lost. Tut mir wirklich leid. Es ist ja, es ist ja schon peinlich, es ist schon peinlich, wenn man nicht weiß, dass Berlin die Hauptstadt von Deutschland ist. Aber wenn man nicht weiß, dass Tokio die Hauptstadt von Kanada ist. Leute, ich bitte euch, einfach mal zurück auf Losgehen. Einfach mal zurück auf Losgehen. Ich bitte euch. So, also ich muss sagen, Grüße gehen raus an ABK. Ein schnieker Typ auf jeden Fall. Ich muss sagen, ein cooles Projekt. Wirklich ein cooles Projekt. Aber musikalisch, und ich möchte einfach ein ehrliches Urteil fällen, wenn ich mir Musik anhöre und ich will da bei jedem YouTuber, ich weiß es nicht, ob er es ernst gemeint hat, in dem Sinne, dass er jetzt Musiker werden will, oder wie auch immer. Aber jeder, der Musik raushaut, die sich ernst anhört für mich, wo ich sage, okay, der meint es auf jeden Fall ernst, die bewerte ich auch dem nach. Und da sage ich auch meine Meinung, wie ich es finde. Und da stecke ich ihn nicht in eine Schublade, wo ich sage, oh ja, der ist ja YouTuber, deswegen macht der YouTuber Musik. Sondern der wird von mir auf die Skala des aktuellen Deutschraps gesteckt. Und da war es für mich einfach irgendwas zwischen 5 und 6 von 10, ohne jetzt den kritischen Boss spielen zu wollen. Ist einfach meine Meinung. Ich finde es, die Hupf war ganz cool gemacht. Ja. ABK ist ein cooler Typ. Das ist meine, das ist meine Meinung. Und die kann mir auch keiner von euch nehmen. Das ist meine Meinung, ja. Alles gut bei dir. Kamerae ist asynchron für real. Ähm, ja. Das ist absolut richtig. Es ist asynchron, oder? Hallo, 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 hallo. Hallo, 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 hallo. Oh, äh. Es ist echt asynchron, gell. Es ist echt asynchron, oder? Es ist echt asynchron, oder? Und ist denn das jetzt asynchron, Mann? Ist es jetzt besser? Hallo? Hallo? Ist es besser? Ha? Hallo? Ist es besser? Äh, es ist besser, oder? Äh, es ist besser. Ich bin so ein guter Techniker. Also, wenn es einen Techniker gibt, der gut ist, dann bin ich. Und ich bin so ein guter Teil. Und ich bin so ein Rückstaad. granting wir die Strategie. Aber die Che quer n name aufsitspinn ist es besser. Ich bin so diez hier und so. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.